Nächster Vlog. Jetzt bin ich wieder zuhause, Chef raus und gerade ein Türchen machen mit dem Einrad. Ich nehme jetzt gleich mit dem Handy auf und schaue, wie die Qualität mit dem ist und wie der Ton ist. Ich hoffe, man versteht es. Heute Morgen bin ich mit Taschen und Einrad in die Schule gegangen, die Taschen anzogen und dann so auf den Zug. Und nachher bin ich dann mit der Kammu, das war ein bisschen was sonst. Und am Morgen hatte ich eigentlich gar nicht in die Schule gegangen und habe gelernt wieder. Und dann habe ich an einer Aufgabe, wie ich sie herum studiert und gerechnet. Und ich habe sie den ganzen Morgen und habe sie nicht geschafft. Und dann am Mittag habe ich mit einem Kollegen geraten, der diese Aufgabe geschafft hat und dann den Tipp gegeben. Und so. Ja. Der hat mir geholfen. Und dann am Mittag, dort haben wir eine Vorlesung gehabt. Visual Computing. Und ja, dort war wieder ein System und hat das wieder ganz ordentlich gemacht. Wir haben ein bisschen andere Basisfunktionen angeschaut, wie man diese dann wieder anders darstellen kann. Und mit dem Ziel für Bildkontomöglich. Also. Wir haben die JPEG angeschaut, wie die da machen. Der neue JPEG, JPEG 2000. Und ja. Wie viel besser dort die Bildqualität ist, ohne wirklich mehr Informationen zu haben. Also mehr Speicherplätze zu buchen. Und das war noch gut. Und dann bin ich dann ziemlich schnell nach Hause. Mit den Taschen auf den Zug auf Winterdorf und Winterdorf. Ich war schon raus auf Neukirch und Neukirch. Und dann hat das Mami abgekostet. Und jetzt bin ich da. Und ja. Und dann dachte ich, ich nehme jetzt noch den Vlog auf. Und dann schalte ich jetzt so aus. Aber nicht. Also bis morgen. Mal schauen. Vielleicht mache ich morgen etwas Spitzes.